Naja, Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Crusader Kings 3. So, in der letzten Folge ist es was ganz interessantes passiert. Wir haben den Weg der Hexers bestritten und sind jetzt natürlich auch dabei, dass wir das halt weiter verbreiten. Denn, äh, wie hieß die? Diva Selenes, glaube ich, oder so, die, weiß nicht, scheinbar den Teufel des, äh, wie die listlichen Glaubens oder so, jedenfalls laut dem Spiel, äh, hat uns auserkoren, äh, sein Herold zu werden. Ähm, jedenfalls werden wir das machen, weil das Schöne ist, die, wenn man dann später den Hexenzirkel gründet, ist das ganz interessant, weil du dadurch einige Vorteile bekommst und das ist jetzt, aber dauert halt ne Weine, ne? Muss einer von Nikita Lux hat Eigenschaft Hexe, Nikita Lux hat Ei... Ach, das muss, äh, quasi Hausoberhaupt und mein, der Nachfolger muss quasi, äh, Hexe sein. Okay. Das könnte bei ihm, oh, bei der, ne, das würde funktionieren. Das wäre nicht das Problem. Der ist aber nicht, äh, Amazon, äh, der ist kein Herkules. Okay. Schade. Wie sieht's hier aus? Ne, äh, ich, achso, ich verbessere noch nicht hier. Beeinflussen. Beeinflussen, beeinflussen, beeinflussen. Hm, okay. Die Kinder sind alle noch zu jung, die kann ich alle nicht zum Hexenkult, äh, verleiten. Versal wurde gefangen, okay. Schön, wir könnten aber unsere Geschwister, wie bei ihr macht das jetzt nicht so den Sinn. Das 63 macht das auch keinen Sinn. 62. Schlecht. Schlecht. Ah, die sind, unsere Geschwister sind, sind nicht alle im guten Zustand. Ich bin der Jüngste. Ja, EH-Lux. Ah, religiöser Eifahrer, das wird eh nix. Ja, 5% Wahrscheinlichkeit. Naja, religiöser Eifahrer. Unglaubliche Leute. Hm, aber ich könnte Enkel und sowas machen, ne? Können die Kinder, der Kinder, Kinder machen. Unser Neffe zum Beispiel. Hier wird ein neues persönliches Komplott geschmiedet, wie das Komplott aufgegeben wird. Achso, ne, wir machen erstmal das Komplott hier mit unserem Onkel. Es steigt immer weiter. Ein Stift entdeckt. Mein Ratschus ist nur so offen, dass ich nur Neuigkeiten zu mir kommen. Mein Vassal überhaupt den Auland schmiedet rein, geht das Opfer an mich. Okay. Das ist nicht so schön, Architekt. Er ist ein Konkubinenkind. Hat mit meiner Lebenslinie aber nix zu tun. Was wäre ein dreister Unhold? Er hält zehn Schrecken deswegen. Okay. Okay, ihr verliert 100 Meinungen von ihm. Und wir haben Einkerbungsgrund. Hat versucht, mich zu ermorden auch noch. Einkerbungsgrund. 47 Prozent. Wird aber auch einen guten Rang gespielt, ne? So einen besseren als ich. So, dann lassen wir es erstmal da mal. Pooler wird belagert. Wo ist Pooler? Donten. Oder hat jemand den Drohnerspruch aufgegeben? Sehr schön. So. Wir werden hier die Armeen mal halbieren. So, die Armee mit mir schicke ich da runter. Die kleine Arme, die kann hier bleiben. Und der Rest hier wird aufgelöst. Ich meine, das ist ja jetzt keine Herausforderung. Ich meine, der hat ja nichts. Oh, das ging mal schnell. Irgendwärts war der Gast jetzt eingetroffen. Okay. Ist auch ein Konkubinkind. Und sie hat einen Anspruch auf Weißensee. Da oben. Na ja, das ist mir auch zu weit weg. Oh, schöner Kampf. Der hier hat ja noch kein Kind. Ach, die ist erst 14. Ja, gut. Das erklärt einiges, warum er noch kein Kind hat. Das erklärt einiges. Vermündetenkriege. Nee. Können ihn einkerkern. Kann er sich Lösegeld einbringen. 100 Gold. Wie lange ist er denn schon im Knast? 12 Monate. Ja, das ist in Ordnung. Ist ja, glaube ich, nur Ehebruch gewesen. Genau. Ja, ein Jahr Knast für Ehebruch. Ist in Ordnung. Das kann man machen. Uh, sie ist schwanger. Schon wieder. Streit im Lager. Nachdem meine Armee in ihr Lager aufgeschlagen hat, höre ich laut Geräusch aus den Unterkünften meiner Champions. Ich gehe der Sache nach und finde Dagonis. Und dabei bin ich Dagonis im Mitten eines erhitzten Streitgesprächs, während mehrere Zuschauer sie anfeuern. Oh, 50-50. Ich denke, dass es eskaliert oder dass ich es schaffe. Lass dich auspeichen. Nee. Nee. Komm, ich versuche hier, das zu schlicht. Hm, hat verkackt. Hat verkackt. Okay. Mein Flehen, die Streitigkeiten beizulegen, fällt auf Taubeohren und das Wortgefecht wächst sich zu einer handfesten Prügelei aus. Getränke und Essen fliegen herum, als die Beteiligten anfangen, Prüge und Rationen zu werfen. Okay, mein Gesch... Ich bin zwar tapfer, aber mein Kampfgeschick ist halt echt mies, ne? Aber wir sind halt tapfer, ne? Also heißt es rein in die Menge. Es ist wahrscheinlicher, dass wir uns verletzen, aber... Wir sind tapfer. Und der tapfer ist, der fürchtet keine Gefahren. Also ich gehe als alleiniger Sieger... Haha, was, ihr habt's geschafft? Oh, oh, ho, ho, jetzt hab ich ja nicht gerechnet. Haben aber wirklich super geschickt, äh, gezeigt. Sie hat Anspruch auf Breilang, worum er das ist. Ja, was auch immer. Äh, Fraktion gegen euch beschaffen. Aufgabe beendet. Nieder Schlesien hat die Aufgabe mehr Kontrolle gemeint. Ah. Schön. Können wir gleich mal weiter verbessern hier. Das erhöht ja immerhin das Militär auch. Wenn's dem Vasein gut geht, geht's mir auch gut. Eine Fraktion. Und Falkenstein wird belagert. Gott, Jerusalem, was ist los mit euch? Dann rücken wir jetzt einfach mal aus. Und wir gewinnen auch das locker. Oh, 100%. Und mein Sohn, Glande. Glande Dias. Er ist Herkules sogar. Das sind auch so gute Werte. Achso, der Krieg ist vorbei. Dann beenden wir den und wir erhalten unser Land zurück. Sehr schön. Okay, das hier gehört mir. Das werden wir jetzt, äh... ...vergeben. An... Oh, warte mal. An, 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 an. Äh, da, da, da. Ich hab auch hier meinen Sohn, äh, diesen Enkel gehabt, ne? Könnt ich natürlich auch meinen Sohn geben? Ne, das ist unser... ...Enkel von uns. Oh, dieser Neffe hier, ne? Ne, das ist ja der Vadile, ne? Was ist... Die Liste bleibt gleich ja nicht da, wo sie vorne war. Sehr unschön. Ne, ne, ne. Willst du hier den Typen, den ich mit der Frau, äh, verheiratet habe, die Bayern kriegen soll, ne? Aber der ist scheinbar nicht bei mir. Obwohl, ich... Hab ich nicht an den Hof eingeladen? Wer ist auch wieder gegangen? Das kann auch sein. Hm, scheinbar... Scheinbar nicht. Hier, ich kann auch darüber gehen. Sie ist auch Rivalin, und das ist... Hier. Okay, eben gebe ich den Titel, und zwar dafür. Sehr schön. Sehr schön, okay. Da hat er wenigstens einen Titel. Das ist auch schön. Oh, alter Schick. Oh, die Frau ist gut. 18. Und sie hat es gescheit. Das Leben hat keiner gelehrt, wie wertvoll ein gutes Urteilsvermögen eine gesunde Geistesschärfe sind. Oh, sehr gut. Die wäre als Arzt sogar noch besser als der aktuelle Arzt. Ach, sie ist abgesen. Achso, sie ist ja... Äh, Mündel beim... meinem Ratsverwalter, ne? No. Das ist ja mein Arzt. Oh, siehst du, der ist schon ein junger Arzt. Jetzt hat er schon 17. Auch nicht schlecht. Ist doch auch in Ordnung so. Kann man... Kann man machen. So, was haben wir hier? Hm, Druckmittel ist verfallen. Okay. Auf dem Marsch. Am Ende der Gefechtsübung schien es noch eine geniale Idee. Wir würden üben, wie man eine zerschlagene Armee neu formiert. Dazu würde ich meine Truppen aufteilen und allen Offizieren befehlen, sich unabhängig voneinander nach Alnestaini durchzuschlagen. Jetzt, da ich bereits den dritten Tag warte, aber erst die Hälfte meiner Armee bei mir ist, erkenne ich die Fehler in meinem Plan. Madfai schlägt vor, dass ich mit einem Truppritter ausreite, um die vermissten Truppen zu finden, während der Rest der Armee nach Hause zurückkehrt. Das wird eine aufregende Suche. So, gucken wir mal. Auf dem Marsch. Als ich mich dem See nähere, sehe ich ein Lager, das am Ufer aufgeschlagen ist. Ich betrete es und werde vom vorgesetzten Sergeant begrüßt. Okay. Mein Fürst, wir haben unterwegs unsere Wasserpurede verloren und unsere Packtiere schaffen es nicht mit dem wenigen Wasser nach Hause, der uns noch bleibt. Der Soldat schaut mich nervös an. Wenn mein Fürst und seine Champions uns jedoch beim Tragen dieser Wasserschläuche helfen könnten... Was? Was ist mit dem los? Ich soll helfen? Okay. Glauben diese Gemeinden, dass Wasser wichtiger ist als meine Befehle? Was ist das für uns? Wir sind treuherzig, wir sind tapfer. Ja, komm. Ich und meine Männer helfen natürlich. Das schieße ich in meiner Armee. Auf dem Marsch. Ich höre einen ungeheuren Lärm aus einer Taverna am Straßenrand, als einer meiner Champions die Tür eintritt und einen Schankraum voll mit meinen verschwundenen Soldaten enthüllt. Als ich den Raum betrete, schauen sie wortlos in ihre Krüge. Der Eigentümer sieht mich böse an. Ihr seid also verantwortlich für diesen Sauhaufen? Alter, wie die alle mit dem Hochkönig umgehen, ist ja Wahnsinn. Nee, wir werden unsere Armee natürlich... Wir sind ein guter Befehlshaber also. Ich habe genug Geld bei mir, um für den Schaden zu beteiligen. Man wird eher mit rauflustigen Soldaten fertig, als mit einem rauflustigen Schankwirt. Und ihr müsst eure Suge fortsetzen. Auf dem Marsch. Als ich durch ein kleines Dorf komme, fällt mir auf, dass die Wachen in einfache Gewänder gehüllt sind, jedoch Waffen mit einem Siegel tragen. Auf der Straße begrüßt mich Mila, selbsternannte himmlische Wächterin des Dorfes. Ah, sie ist religiöse Fanatikerin. Okay. Äh, äh, äh... Meine Soldaten haben ihre Rüstung abgelegt, um mit ihr die was zu bewältigen. Ah, hier ist sie. Sehen wir schließlich nicht alle auf die eine oder andere Art. Weiß ich, Diener von Divas, Senelis. Ja, siehst du, das ist... Ich glaube, Senelis ist einfach der Nachname von der Gottheit Divas. Also wir sind ja so gesehen nicht böse, weil wir Hexerei betreiben. Wir gehen bloß einen weiteren Weg für Divas, Senelis. Oder so. Ach, keine Ahnung. Äh, warum sollte sie... Warum sollte ich das wollen? Sie hat jetzt keinerlei... Sie ist ja nicht gut. Das macht... Das bringt mir nichts. Ja. 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 halt eine predigerin hat er keine guten werte aber am beruf kann sie jetzt auch nichts machen es ist so ist eine renke spielerinnen aber jetzt nichts gutes als renke spiele passt ja auch nicht zum glauben eigentlich nur sie ist stur und arrogant und ist da sie steht ja auch da meinung vom linds her minus fünf meinung vom linds her minus fünf die passt sich vom charakter zu ihm ich gebe euch einen tag vor diesem ort zu fliehen zähloten auf dem marsch die letzten meiner truppen haben es zurück nach allen allen stehen geschafft und die ordnung ist wieder hergestellt wurde es kaum eine zur schaustellung militärischen genies war habe ich neues wissen erlangt über meine armee und die soldaten aus denen sie besteht dann war es ja doch eine nützliche übung und wir kriegen den kriegsführungsvorteil nicht den nutzen wir gleich mal und überfallkommandos auch nicht schlecht schweres volk schweres flussvolk sperrträger und bogenschützen kriegen vorteile und rückzugsverluste minus 25 prozent auch nicht schlecht überfalltempo und versorgungskapazität ist auch eine gute sache vor allem die versorgungskapazität beides gute vorteile ich nehme aber erstmal das überfallkommando außerdem habe ich ja hier haben wir beide werden neuen vorteil schön mit längst der gast die gläubiger diener der höchsten mächte macht ihr mehr unser orden mit namen der himmelswächter wächst desto mehr land brauchen wir von dem aus wir unsere verteidigung des idealistischen glaubens und angriff nehmen können stadt statt von gifhorn ist für unsere zwecke besten sky und wir würden uns gerne würden das gerne pachten und ist in den diensten unserer sache zu stellen ja so ich gehören ist schon in ordnung wie sie sind wissen jetzt hier als kids wir können jetzt wasser lesieren wird wasser von euch ja super zeit gegrüßt mein lebensherr ich nehme euer großzügiges angebot des wassalentums an mein lebensherr ja nice das gefällt mir ganz klar wurde gefangen genommen neuer krieg herz ungetut von angria ihr seid das neue krieg ziel angria das kleine ding greift mich an und dänemark gehört wir haben jetzt noch dänemark erobern war das schon alles vor ich bin stolz darauf mein sohn nicht mehr als kind sondern als erwachsen zu sehen er ist sogar vernünftiger diplomat das gefällt mir dank eines hervorragenden verstehen jetzt alle arten von etiketten der vertrautheit mit einer form der unterhaltung einer dazu passenden eloquenz dürfte er das leben am hoch spielend meistern das heißt er hat jetzt so 13 das heißt wir können jetzt zur hexerei bekehren okay machen wir mal agent schließen sich komplett an okay okay wir gucken wir mal hier okay die haben natürlich jetzt einen krieg gegen jemanden den sie gegen diensel keinen krieg haben wollen weißen fienden wollen sie tatsächlich nicht machen dann muss ich es ja richtig fertig machen hier und ich werde sogar schon angegriffen frechheit unwürdige bauern während ich mit gerdautas im städtchen war fiel mir ihm ein verbrecher auf der an den pranger gekettet wurde war also gerdautas hob den kopf und machte eindeutig dass ihnen dass ihnen dass ihnen er das flehen des verbrechens nach wasser nicht scherte er ist arrogant okay arrogant bringt ihm christlich aber sonst nur nachteile und er hat sie jetzt ja ach dann soll er halt arrogant sein gut weist ihnen seine schranken bremen wird belagert frischheit der ist ja richtig schlecht kriegsführungsvorzug haben wir wo muss ich machen erstmal hier wir haben 100 mann okay ein vorzug da werden wir jetzt die versorgung im feld übernehmen sehr schön und dann er bis nicht vermehlt okay mal gucken er ist robust werden wir natürlich mal gucken können wir ihn auch mit einer unserer dynastiefamilie könnte man theoretisch machen wie geht es denn mit unserem glauben da um vettern ehe und sowas ne 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 haltung zum insitz vettern ehe inzwischen kusans sind auch noch beischaft zwischen kusans sorgt nicht für das insest geheimnis ähm na gut das ist die frage ist jetzt ne das hier wäre sogar in ordnung okay ähm dann empfehle ich jemanden mit einem guten trade kraftlos ne das ist nicht so Alter minus 6 auf Kampf geschickt okay äh wir sollten mal gucken hier jemanden der auch vom Alter her einigermaßen hinkommt Milan Lux ist am ältesten oh hübsch ein religiöser Eiferer mh sie ist fleißig zufrieden und treu hat sich das könnten wir dass ich machen hier mal so ein heirat innerhalb der familie ist ja prinzipiell auch nicht nicht verwerblich ne außerdem ist in unserer äh glaubensdoktrin ist es ja auch vollkommen in ordnung weil sie ist glaube ich guck mal hier häuptling vom äh Tochter von häuptling Prusas und ihr ehemann ist gestorben und der war 58 alter ist ja pervers ist ja ist ja schon schlimmer als wenn man äh so eine entfernte verbandschaft heiratet so äh dann greift man hier mal an der kann da angreifen das ist ja unser Feind hier komplett ne genau was ist hier die Stadt ach da da kann jemand hin da kann jemand hin da kann jemand hin die gehen mal zusammen und die Maschine erstmal dahin ein unverschön ein unverschönlicher Oktum als zu gern nehm ich die vorgeschlagene Heirat an gern soll euer Sohn und Erbe Nikita den heiligen Bund der Ehe mit mir eingehen ok sehr schön so wir können wieder was bauen das machen wir gleich mal äh einfache Palisaden ja kann ich hier noch erweitern Stammesfeste ist auf Stufe 3 ist das schon Maximum hier noch die Palisaden weiter hoch Chelmno Langhäuser eines Thänen hat nichts und ja wir auch nicht oh hier kann ich sogar erweitern von Stammesfeste auf ausgebaute Stammesfeste machen wir doch gerne hier geht nix die ausgebäute Stammesfeste nimmt sich feudale Bogen zum Vorbild und fügt dem Vorgänger viele neue Verteilungselemente hinzu so gucken wir mal wir haben einen Kampf gewonnen und haben keine Verluste sehr schön ah jetzt ist hier unsere Hauptarmee ja die führen anscheinend auch Krieg gegen Anleer ist mir relativ egal die werden wir jetzt einfach mal wegkrotzen hier weg mit denen auch keiner naja Kriegerordn angeworben okay Lodeburg wird gelagert das ist das nicht schon wieder da die habe ich doch nicht mal Krieg witzigerweise achso was so ist das da kämpften wir seil von mir oh die König haben wir mich noch unterstützen dann halbieren wir mal die Armee hier unser König unterstützt hier und der andere kann hier wir sind schon wieder fettleibig unglaublich dann scheinbar ein Hang zur Fettleibigkeit dann werden wir das geht gar nicht haben wir hier noch irgendwie Armeen jetzt habe ich ihm hier ein bisschen geholfen vielleicht gar nicht so extrem aber schon ein bisschen da haben wir auch den Kampf gewonnen ja nice ja nice das geht doch super wunderbar 94% durch schlachten alter Schwede okay ist ja auch nur ein Verteilungskrieg gewesen die erobern ja nix an den hysterischen Hochkönig Oktone von eure Missetaten erzählt man sich von Irland bis China ja kann machbar möglich sein so Alter wir verlieren so viel Land okay der hier immer noch ist die immer noch nicht schwanger hier jetzt können sie rumpippern die 16 was mit der hier die hat doch Kinder der Haupterbe ist Vasallen Oberwing Wispy da oben alter Schwede ich habe auch keine Möglichkeit das zu verändern Titel können aberkannt werden Vasallen können entzogen werden von ich habe auch keine Möglichkeit das zu verhindern unabhängige Stammesärcher können sich niederlassen und werden somit feudal oder clan das bringt mir halt nix ne ich will sagen meine Titel können halt aberkannt hier derzeitiges Gesetz Charaktere können eingekerkert werden Stammesärcher also die nicht trivialistischen Lieges können sich niederlassen werden somit feudal oder clans was sagen können entzogen werden das bringt mir halt alles nix das bringt mir noch alles nix ok und wenn der erbt was erbt denn der achso das kann ich auch hier sehen euer Vasallenhäuptling Feli wird den Titel Oberhäuptlingstum von Poljama erben einen fremdländischen Titel eines höheren Ranges ok wo ist denn das der wird das Ding da oben erben ok das heißt wenn ich ihm aber einen Oberhäuptlingstum Titel gebe dann würde er das Gebiet da oben bei mir eingliedern Titel vergeben Oberhäuptlingstum wäre ja nicht schlecht ne Versuchung Königreich Königreich Oberhäuptlingstum von Anhalt wäre doch ich meine es ist doof dass er es da bekommt aber ist ja egal dann kriegt er das und dann er hat jetzt nämlich den Oberhäuptlingstitel und dann dürften wir genau niles wir haben Gefangene dann gucken wir mal kurz da war denn hier alles ok Bertrada ok freikaufen lässt er sich nicht Bekehrung und schwaches Top nehmen wir mal diesmal Graf Günther er gibt mir auch Geld und ja kann ich machen er gibt mir kein Geld er will mir nun gefallen geben er ist auch besessen aha er hat kein Geld und er verdient auch nichts ach er ist landlos er hat aber Ansprüche auf Kammersberg weil er auch nur Graf schopft verrundet oh er ist athletisch äh nee das ist mir egal hier schwarzes Topol fertig ist der hier hat auch Geld also kann er mir auch Geld geben der hier hat kein Geld ebadistisch ok er ist ein legendärer Schwertmeister aber jetzt auch alt er soll die er soll seine letzten Tage in Freiheit genießen und dann haben wir ihn hier den ich leider nicht rekrutieren kann ärgerlicherweise und er hat auch kein Geld um es mir zu geben dann soll er wenigstens in meinem Glauben arbeiten schau was drücken will kann er auch noch machen hier ja sehr schön ok Zeit ist gekommen er hat es verdient zu seinem eigenen Entscheidung zu kommen würde die was sie nie besser dienen ja wir haben einen neuen Novize unseren Sohn und ja willkommen zu unserer Messegeschwister im Glauben oh ich sehe gerade erst zur Hexerei bekehren belauscht Nikita und ich unterhalten uns viele Stunden lang über die was sie nie ist und die Willen meiner meiner Gottheit als der Himmel sich am Horizont blau zu färben beginnt verabschieden wir uns voneinander als ich die Tür des Gemachs öffne höre ich schnelle Schritte den Gang hinunter hat mich jemand belauscht allen guten Göttern sein verdammt jemand kennt euer Geheimnis ja ist jetzt nicht so dramatisch er ist jetzt eine Hexe ne und er ist ja auch unser Spieler er ist halt unersättlich arrogant und ehrgeizig nicht so die besten Dinge aber mein Gott schlimmeres im Leben ich würde nochmal gucken wie viel haben wir denn jetzt eigentlich 4% ha Unterschiede 2,2% haben wir das dauert eine ganze Weile das dauert eine ganze Weile die sind alle noch zu jung unsere Kinder das ist auch nicht mein Haus ne ui äh äh was würde ich jetzt eigentlich machen ich könnte nicht einkerkern ich bin eine Hexe das wärs das wärs ähm so ja gut liebe Leute ich würde sagen an der Stelle beenden wir jetzt erstmal diese Folge wir können Titel schaffen oder um kann man Titel schaffen machen wir doch mal und ein Titel können wir noch schaffen mit Herzlichen von Estland was ist es hätte wäre bei seinem Fehler gewesen ihm das hier zu geben nein zu spät also dann wie gesagt liebe Leute ich hoffe euch hat diese Folge gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder also bis denn Cheerio Joho